Ja, seid gehußt, mein Name ist Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch A-Dodom zu einem neuen App Let's Test. Heute spielen wir Do Not Press The Red Button oder so ähnlich. Ich schreibe es in den Titeln, nein in den Titeln schreibe ich es nicht, ich schreibe es in die Videobeschreibung, wie das Ding richtig heißt. Jedenfalls die Aufgabe dieses nicen Spiels, ich weiß nicht inwiefern man das Spiel nennen kann, in dieser nicen App ist es nicht den roten Knopf zu drücken oder eben halt doch den roten Knopf zu drücken. Da ist immer schon ein schönes kleines Schildchen drunter und ihr wisst ja, wie verlockend es ist, auf einen roten Knopf zu drücken und das machen wir auch gleich mal. Haben wir gleich mal hier Sound Hintergrund. Nice, Sound finde ich natürlich perfekt. Versuch es mal vorzulesen. You've pressed it again and you broke me up. Okay, Punk pressed it again. Ich entschuldige mich schon mal, wenn mein Englisch irgendwie ein bisschen bescheiden sein sollte. Ich bin halt bescheiden im Englisch. Yeah, that it's, that it's, da fängt es schon an. Come on, one more time. Ist natürlich in Englisch, nicht auf Deutsch. Again, do it. Okay. Know you have, know you've had, also have had, you've hill stop clicking. Okay, ich höre auf mit vorlesen. Ihr könnt es ja lesen. Der wird immer, der wird auch immer, you are just too selfish. Der wird immer arroganter, der wird immer aufgebrachter. Wenn wir das weiter gucken, grrrr steht dort. Und wir machen es trotzdem. Time for Plan B. Oh. Oh, Pinguin. Süß. Ja, ich dich auch. Drei Knöpfe. Nice. Nöpfe. You clever one, time for round two. Nein. Hat er nicht gemacht. Ja. Willkommen in der Unterhaltungsindustrie 2017 auf YouTube. Are you sure you want to continue? Yes. Nicht in Ernst. Wir drücken jeden einzelnen Knopf hinter einander. Das ist Zwergfürst-Taktik. Drücken. Hopp. Aber er schafft. I don't care. In fact, I lost interest a while ago. Diese Green Button. Zack. Yellow Button. Das ist doch der. Das ist doch der Yellow Button. Bin ich vor allem denn? Das ist doch gelb. Das ist eindeutig gelb. Das war aber nicht gelb. Naja. Oh. Deeper. Und da. Du, no. And eventually. I'll stop letting you get away with this. Das war mein Klingelton. The world is going to explore and all you can... Ich höre auf zu lesen. Ich kann kein Englisch. Oha! Atomknopf. Okay, this time the world will explore. A guarantee. Ein Atomknopf. Ich bin nicht der Präsident der USA. Aber... Oh! Shit happens! Ja, jetzt die Wettermarsch. Hoffel! Hoffel! Ja. Handy ist kaputt. Da hab ich kaputt geklickt. Nö. Nicht ganz. Ja. 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 Ja.